Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. In diesem Video haben wir einen Set mit Little People. Es heißt Work Together Construction Site. Wow, lasst uns die Schachtel öffnen. Let's get to work team, over. Hört mal zu. Echt klasse. Let's get to work team, over. Wir arbeiten auf eine große Baustelle. Und dieser ist der Kran. Schaut mal, es bewegt sich rundherum. Und die Schaufel bewegt sich auch. Und das ist nicht alles. Es öffnet sich. Wir können damit allerlei von Sachen schnappen. Schaut mal, es bewegt sich. Jetzt lasst uns diesen großen Stein heben Mit Hilfe der Kran natürlich Wir müssen diesen Knopf schieben Fertig Und der Stein geht nach unten Jemand muss es fangen Ich bin schon unterwegs Hurra, alles ist gut gelaufen Danke Und ich bin wieder unterwegs Juhu Oh, ich glaube ich muss zuerst tanken Fertig Jetzt können wir weiterfahren Jetzt lasst uns singen the crane picks up the boulder it drops into the truck then rides up in the elevator right up to the top there it goes rolling on down grind it up Then the job is done! Dieser ist der Inhalt der Schachtel. Wir haben vier Figuren. Sie ist die Schulbusfahrerin. Sie hat einen Bus drauf und die Schlüssel. Eine sehr schöne Mädchen mit einem kleinen Zopf. Hier haben wir einen Schüler. Er trägt eine Schultasche voll mit Stifte und Hefte. Es gefällt mir sein blondes Haar. Hallo! Weiter haben wir ein schönes Mädchen. Sie ist blond, hat eine rosa Schleife und einen Anzug mit Blumen da drauf. Und wir können in ihrer Tasche den Flugschein sehen. Als letztens haben wir den Pilot. Er hat eine schöne blaue Kappe und Brillen. Super! Jetzt lasst uns das Flugzeug sehen. Da kommen die Räder. So, jetzt sind wir für den Ausflug fertig. Es hat sogar drei Räder. Wow! Und bei dem Motor können wir diese Streichern sehen. Die sich auch drehen. Super! Was für ein niedliches Gesicht! Lasst uns sehen, was es noch hat. Die Tür öffnet sich. Tadam! Tadam! Hier gibt es einen Platz für den Pilot. Und hört mal zu! Also ist bei dem Fahrrad hier. Dieser Clot ist fertig. Nämlich! Wir fahren los. Lہer. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Super! Hinten haben wir noch zwei Plätze für unsere Kunden und ein rotes Knopf. Hinten haben wir noch zwei Plätze für unsere Kunden und ein rotes Knopf. Er hat Reden, die sich tatsächlich drehen und ein Haltezeichen. Stopp! Es hat auch sehr viele Fenster und eine Tür, die sich öffnet. Da kommt der Schüler. Wir brauchen noch den Fahrer und los geht's! Wir haben noch zwei Sitze und zwei Plätze für die Gepäcke. Toll, nicht wahr? Jetzt sind wir fertig! Hi! You can sit with me! Vielen Dank für das Ansehen! Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal! Tschüss!